Leute, ich zeige euch heute, wie ihr eine Karte werfen könnt. Ich werde sie mir heute beibringen. Und zwar müsst ihr die Karte zwischen den zwei Fingern halten. Zwischen Zeigefinger und Fingerfinger. Quasi so, dass hier noch ein kleines Loch bleibt. So? Genau. Dann müsst ihr die Finger hier runterklappen. Ringfinger und der kleine Finger. Der Daumen liegt auf der Karte. Und dann aus dem Handgelenk. Probiert es aus, Freunde. Let's go.